Die Tonnen sehen fast gleich auf aus. Wir hören da ein Schallsignal, das könnte bedeuten, dass die Lufttonne verlegt worden ist. Ich habe jetzt hier Philipp Buhl auf Platz 5 und Grotonischen jetzt in Führung. Ja, wir sehen ja diese Linie, auch englisch, wenn man sie jetzt Vantage-Line, von Rotenüchen ausgehen rüber zu Josh und Josh ein wenig hinter dieser Linie und diese Linie liegt im rechten Winkel zu brennen. Josh hat sich da auf der linken Seite, auf deutsch gesagt, angemeiert und Philipp Buhl hat das wohl rechtzeitig erkannt und ist da abgehauen rüber auf die rechte Seite. Gleich auf die beiden Deutschen, also hier im Feld der zehn besten Laser-Siegler im Metal Ways. Ganz, ganz eng, also volle Aufholjagd von Philipp Buhl, wirklich ganz toll gemacht und es geht jetzt wirklich hier, das ist ein Ast reiner Zweikampf, wir sind in Angleichposition. Die Frage ist jetzt hier wirklich, wer ist schneller? Wer das Retten gewinnt, gewinnt die Kielerwoche, so einfach ist die Rechnung im Moment, wenn beide sozusagen an der Spitze des Feldes liegen, wenn es Philipp Buhl schaffen sollte, da noch an Grotonüchen vorbeizukommen, dann ist er der Kielerwoche-Sieger und Heims für eine Menge-Bonuspunkte ein für die Olympia-Qualifikation und Simon Grotonüchen-Kämpf natürlich will das eine Spitzenposition verteidigen. Großer Sport! Wo ein paar Zentimeter nur vor dem Uf des anderen ist, der hat einen Vorteil, auf jeden Fall würde Grotonüchen Buhl da die Abwände ins Segel drücken, jetzt wird Philipp Buhl sicherlich bald zur Wende gezwungen werden, also im Augenblick Grotonüchen etwas schneller. Bin gespannt, ob sie soweit bis zur Uf-Zone fahren oder ob sich Philipp Buhl direkt auf den anderen drauf. Nicht locker lassen. Beide sind auch guter der Dayline, wenn wir die Kaffee gebürtet sind, haben wir jetzt voll krassig. Und jetzt ist die Frage, macht sein Tide-Cover, legt er sich direkt drauf. Obwohl das immer noch eine Kontrollposition ist, er hat ihn sozusagen, wie man im Segel sagt, nicht getötet, sondern er lässt ihn noch ein bisschen atmen und lässt ihm noch ein bisschen Luft. Direkt auf der Dayline und jetzt geht's ins Finale auf der Vorbildstrecke und da haben wir gerade festgestellt, Markus, dass Philipp Buhl da beschwindigkeitsmäßig durchaus vorteilhaft. Ja, und das wird jetzt wirklich eins Augen rennen, dass wir in den Live-Bildern wunderbar verfolgen können. Dazu braucht man kein Tracking mehr. Das können wir einfach so beobachten. Wir werden hin und wieder mal reingucken und schauen, wer da vor der Advantage scheint seinen Vorteil wird. Max, hier sind wir nochmal aus unserem Geläsen im Studio anladen. Glaubst du, wenn die Jungs im Ziel sind? Du hast die Gelegenheit, beim Sieger Malenzai zu gehen und mit zwei, drei Sätzen zu wechseln. Wie ist es überhaupt unterwegs? Ich werde auf jeden Fall versuchen. Es gibt hier so eine rote Zone, wo die Kotspurse nicht reinfahren dürfen. Ich bin nun relativ weit weg vom Kurs, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Simon im Augenblick so mit zwei, drei Bootslängen Vorsprung. Was mich ein bisschen wundert ist, dass Philipp Buhl ihn nicht aggressiver abdeckt. Die fahren da wirklich einen total fairen Zweikampf. Wer nimmt die Wellen besser mit? Wer beherrscht das Boot ein wenig besser? Im Augenblick kleiner Vorteil für Simon. Das ist schon spannend, dass die beiden sich dann an die Spitze gesetzt haben. Ich habe nochmal eine ganz spannende Ansicht in der 3D-Grafik. Da sieht man, dass der Abstand jetzt zu schrumpfen beginnt. Wir haben noch sieben Meter und wir sehen schon das Ziel da am Horizont stehen. Sieben, acht Meter. Eine Bootslänge. Ich erinnere mich an ein Rennen im America's Cup, wo es nachher auf Millimeter ankam. Ich fühle mich daran jetzt erinnert. Die sind ganz eng beieinander. Also spannender könnte es glaube ich nicht sein. Es war die letzte Wettfahrt im America's Cup 2007. Der Vorsprung gerade noch mit einer Sekunde vor den Kiwis, vor die Neuseeländer ins Ziel. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Ziel. Und Simon Brutelüchen konnte gerade noch auf dem letzten Stück seinen Vorsprung ein bisschen aufbauen. Jetzt versucht Philipp Buhl nochmal mit einer Halse anzugreifen. Aber der Abstand ist jetzt schon so groß. Das wird schwierig für ihn dann auch ranzukommen. Jetzt versucht er es auch ihn abzudecken, direkt abzudecken. Schön zu sehen, wie Simon Brutelüchen da vorne immer wieder versucht auf dieser Abdeckung abzuhauen. Dann guckt er mehr nach hinten als nach vorne. Da ist das Geld und gleich. Aber das wird wohl nichts mehr werden. Ich glaube da hat Philipp Buhl keine Chance. Es ist ein wahnsinns Rennen gefahren. Das ist ganz, ganz toll. Aber das holt er auf den letzten Metern jetzt nicht mehr. Ne, das glaube ich. Unglaublich. Also die mentale Anspannung da, dass man da bei der Sache bleibt, dass man bei seinem Schiff bleibt, dass man nicht anfängt darüber nachzudenken, was das Rennen am Ende bedeutet. Sondern einfach bei dem Wind an den Wellen bleibt. Und das machen die beiden schon großartig. Ein würdiger Sieger der Kinderwochejahr. Ja. Ich glaube das Landrace übrigens vor zwei Wochen beim World Cup in Weymouth gewonnen. Eine riesen Leistung von beiden. Finde ich. Und ein tolles. Ja. 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 Da haben wir das Bild. Zwei tolle Sportsleute. Die zwei. Da kommt der Glückwunsch von Philipp Buhl. Ganz faires Segeln. Spannendes Segeln. Toll. Die haben sich da keinen Meter geschenkt. Und ich bin sicher, das wird noch eine ganz spannende Ausschaltung werden. Aber Simon Grote-Lüschen ist der verdiente Sieger der Kinderwoche.